Bona, wir wissen, dass Sie gern zu uns kommen. Deshalb von Beate und Axel Güthner ein ganz persönliches Willkommen. Willkommen bei Bona in Oettingen und Treuchtlingen. Das gilt für die so wichtigen Handwerksbetriebe, für den Heimwerker und seine Frau und natürlich für die Industrie. Über 23.000 Artikel halten wir für Sie vor. Werkzeuge, Eisenwaren, Baubeschlagtechnik, Montagetechnik, Maschinen, Haustechnikprodukte, Bauelemente. Wunschgemäß auf Länge gesägt, Formstahlträger, Stabstahl und Bleche. Die Dachfensterkalkulation, die Badplanung, Torplanung, maßgerechtes für Ihre Praxis. Das alles entsteht bei uns am Rechner. Und sie lohnt sich. Die Feinarbeit mit Ihnen und unseren Beratern. Ja, dafür ist unser Außendienst zuständig. Für das regelmäßige Betreuen unserer Handwerkerkunden. Anders gesagt, die menschliche und die fachliche Kompetenz unserer 90 Damen und Herren ist für Sie da. Dazu nochmals Axel Güthner. Unsere Kunden sind für uns das A und O. Der Profi gibt dem Profi die Hand und dadurch kommen wir beide laufend weiter. Das also macht unser Bona-Motto eindeutig. Für die Zukunft und nur das Beste. Rundum vorhandene Kompetenz auf dem neuesten Stand. Aber ja, genau dafür werden Sie ja laufend geschult. Unsere Handwerkerkunden und unsere Mitarbeiter. Damit jetzt zum großen Sortiment. Kennen Sie denn schon alles? Fenster, Türen, Beschläge. In Oettingen unsere Bäderoase. Tauchen Sie da ruhig mal ein. Kopfüber in ein Meer voller Möglichkeiten. Wo geplanscht wird, muss es auch warm sein. Öfen bei Bona in großer Auswahl. Fensterbänke mit bis zu 400 mm Ausladung. Schon einbaugerecht zugeschnitten. Betonstahl, verlegefertig gebogen. Bei Baustahlgewebe gilt das aber auch. Wir bearbeiten es vor und dann wird es zur Baustelle gebracht. Bona, 1901 gegründet. Jetzt in vierter Generation als Familienbetrieb geführt. Mit unserer Niederlassung in Treuchtlingen. Kundendienst und dass wir Sie betreuen? Auch das gehört zur Bona Profi-Qualität. Wussten Sie denn, dass wir auch in den Kellern beratend zu Hause sind? Ja, denn Bona ist auch Wärmepumpenspezialist. Das Team der 15 Damen und Herren nimmt Ihre Aufträge an. Damit ist für ein schnelles und zuverlässiges Bearbeiten gesorgt. Unsere Septemberhausmesse gibt es seit 1979 jedes Jahr. Da reden wir dann über alles. Wir feiern und Sie können zu Messepreisen günstig einkaufen. 1200 Palettenstellplätze in der neuen Halle. Dann das Ausliefern. Schließlich sind wir jeden Tag für Sie unterwegs. Und beim nächsten Mal sind wir wieder für Sie da. Auf Wiedersehen bei Bona. Das kompetente Miteinander mit Ihnen zahlt sich aus.